Ich fiel zu langsam. Wie fiel das? Wir sind aber 8, ne? Braucht ihr etwas Aufmunterung? Ich glaub ja. Was? Du bist das beste Roboter-Modell, dessen Entwicklung Aperture Science je eingestellt hat. Pfff. Ha-haftig. Muss was auch machen. Was denn? Das da. So wie ich gemacht hab. Da oben ran. Da ran. Und dann bei 3 müssen wir gleichzeitig. Jetzt hatte ich auf die Vorde rauf. Nein, wir können auch Countdown machen. Ich sag bei 3. Komm lass durch. Hä, haben wir doch geschafft? Ja. Ne, 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 ne. Das sollte man bei 3 machen. Nein, immer bei go. Hä? Hm. Frag mich grad was anderes. Oh. Was machst du da? Was machst du da? Ich hab nix gemacht. Warte mal. Da. Glaubst du? Ja, dann schießt der da drauf. Und dann öffnet sich irgendwas. Hier, dieser Ventilator. Oh. Oder nicht. Ja. Wenn der sich geöffnet hat, müssen wir. Wie kommen wir denn aufs Board? Lauf VOS. Ja. Lauf, lass liegen. Ja, das ist das Problem. Der geht gleich kaputt. Okay. Was muss ich hier machen? Hm. Mach einfach mal und geh mal sterben. Ah. Mach einfach mal und geh mal sterben. Nein. Doch, irgendeiner muss das Versuchs gar nicht sein. Ich bin es gerade nicht. Ich stehe schon. Klar bist du das. Nein. Die Sasse ist. Ja, genau. Das Problem ist wegen dem Laser hier. Ja, du musst den hoch halten und ich werde dann wohl irgendwo gegen springen. Ja, guck mal hier. Wir müssen das auch hier richtig uptime. Du musst nämlich hochfahren. Da Portal und da. Wo? Da Portal? Dass du dagegen fliegst, dann fliegst du hinten gegen das Ding. Und dann schaltest du die Dinger ab. Da und auf dem Boden das. Das da. Welches? Zeig mir mit dem Kackpfeiler drauf. Da. Sicher? Ja. Und du musst da rauf gehen. Ja, okay. Auf die Plattform. So. Und ich muss das natürlich so machen. Ich muss das Versuchs gar nicht so spielen. Meinst du? Ja. Du musst da mal nicht... Ja, wo muss ich denn da... Du musst in das Loch reinspringen, dann fliegst du gegen die Spung-Dingster-Boomster und dann fliegst du da hinten gegen das Ding. Ja und... Äh? Mach das einfach so wie ich das sage. Und jetzt rein mit dir. Sonst bin ich gleich tot. Bin ich geil. Du musst ja sagen. Was ein Genie. Ja ausgerechnet du. Wo spring ich gegen. Mach das. Tschüss. Ich weiß nicht, wie ich diese Tests noch einfacher machen kann. Bist du so ein Hoodie ey. Bist du ein Hoodie. Vor allem einfach, ne? Warte mal, da muss dann ne Möglichkeit geben, irgendwie irgendwas da hinzuzimmern. Ach, warum sind wir denn so blöd? Hast du ja Würfel weg? Ne, der Würfel geht kaputt. Kannst du ihn hier mitnehmen? Sprung mal nochmal gegen. Nein, guck mal, pass mal auf. Nein, ich spring da nochmal gegen. Guck mal, pass mal auf. Ja, das bringt aber nix. Ach, das ist ja Würfel behindert. Jawohl, ich spring da nochmal gegen. So. Und jetzt? Tschüss. Keine Ahnung. Lass mich nochmal raus. So. dagegen das klappt aber gegen dagegen das klappt nicht losgelassen trotzdem nicht ja ja wunderwürfe müssen wieder reinfliegen ja wir sitzen da reinfliegen ja jetzt entweder einfach nur zu blöd oder zu dumm dafür gerade beides ich kenne die situation manchmal ganz schön schwer das ist vorbei geflogen ne du fliegst auf nee das klappt so nicht aha guck mal ein spaß beim laufen jetzt hat er es wieder nicht gemacht so richtig meine seite kann ich sie noch nicht durch nein ja der weg muss länger glaube ich sein oder ganz oder er geht ja nicht noch länger geht das nicht wie denn man muss ja auch ganz schön blöd sein manchmal geht das ich weiß nicht mit karrach oder rein es geht war immer ich mache das noch mal so ja warte mal nein warte mal nee 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 lass mal so habe ich das eben schon probiert lass lass mal bitte dahin ja mache ich nämlich gleich was anderes weil dann fliegt er ja erstmal ganz halt da durch und dann wechsel einfach um das portal wo mein gelbes jetzt dran ist ja hauptsache das war das lila nach dieser vorstellung ist wohl einer auszeit von den offiziellen teststrecken angekündigt ja für die frechheit weißt du da gibt es uns was einfaches was schwer ist nachher man muss aber erstmal überlegen wie man das machen soll ne mhm 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 sollte man nicht mehr so laut sein warum fannypen egal für diesen test müssen wir nur noch die projektpläne finden keine auflegung sie nützen niemanden sie sind völlig lang nein nein es ist ein experiment um herauszufinden wieviel denkzeit ihr für die wertlosen dokumente verschwendet die geantwortung lautet 0 sekunden uns verarschen erstmal gucken ja aber wieso willst du da die ganze zeit durchfliegen davon wo ist irgendwo noch eine plattform wo man das sieht mhm ach da da musst du runter springen oder ich und dann ja und dann musst du da wo warte mal ich probiere es einfach mal kurz hey du stirbst nein achso wir wurden ganz weit geflogen was ist wenn du gegen den knopf fliegt aha achso ok dann wissen wir das jetzt oh nein ich hasse jetzt schon timing zu gleichzeitig springen wohl nene erst musst du springen und dann muss ich springen hast du ok springer ok ja und ja ich sollte auch mal das portal wechseln ne boah bist du ne bratwurst eh jetzt springt noch mal rein ich muss warten glaube ich bis der würfel oben ist jetzt warte ne das war zu früh scheiße ja er muss erstmal da durchgehen er muss erstmal den kanal reinkommen mhm warte ok du haudi springen springen es dauert erstmal bis er kommt würfel kommt ab ihn so das boah jetzt sind sowas ja was passiert jetzt aha siehst du das was die bin die latoren ja die halten jetzt an ja muss aber so stehen bleiben du musst jetzt woanders lang gehen um die da irgendwo auszuschalten wahrscheinlich bratwurst war so nicht bratwurst wo sieht denn hin ich weiß das nicht ruhig geh mal weg geh mal bitte weg ne das geht so eigentlich nicht ne ach guck mal du musst da durchfliegen mal wieder ok du musst die portale so setzen dass du da bei dem ventilator durchfliegen da tschüss jetzt kannst du da rein und nein nicht da da rein wo links da kannst du durch musst du da irgendwas machen jetzt ja du darfst dann nicht wieder durchgehen weil sonst geht das wieder weg bratwurst aber kommen jetzt aus dieses komische ist ja nicht auch für dieses ding hier versuchen mit dem laser dadurch zu kommen mir geht nicht hier geht nicht da setzt man am portal hin hinter dir ja ich kann es doch gar nicht da muss irgendwo portal hin sitzen können ja ich kann ein du kannst doch warte mal du kannst doch kannst du da kein portal hin sitzen da die sache ist doch setzt man das jetzt war dahin warum soll ich dahin macht doch mal und selbst war da oben rein sind da ja jetzt stram in das hellblaue rein bringt aber nichts oder der muss irgendwo hier hinziehen dass ich hinten das öffnen kann warte mal nicht in das das hier dann muss ich eigentlich in das zielen da nicht ganz siehst du das warte mal warte mal warte mal nein selbst verändere das doch nicht immer dreh dich mal so hin dass ich das sehe nein das war doch passend dreh dich mal so hin dass ich das sehe ich sehe das doch auf der anderen kamera sich die einschalten ach nee mit ab macht doch ey was rückst du denn hebel und ich habe Du hast keinen Countdown gemacht. Ja, du mir auch. Tschüss. Achja, manchmal diese komischen Level-Age. Oh, schon wieder CD oder was? Wie ein Porno. Ja, geh weg. Aber guck mal Stühle, da kann man sich schön reinsetzen. Ihr habt die wertlosen Pläne gefunden. Ihr müsst hier bleiben, damit ich sie sehen kann. Und nicht vergessen, es gibt überhaupt keine... Dreh dich mal um. Fertig, denke ich jedenfalls. Autsch. Dumme Fotze. Herrlich. Kannst du nicht sagen. Nein, wieder nicht. Boah, ey. Das Produkt kann Spuren von Schalenfrüchten, Sesam oder Erdnüssen enthalten. Okay. Wundere ich mich gerade auch. Was produzieren die da noch mit? Ich weiß nicht, was ihr da glaubt zu tun, aber es gefällt mir nicht. Hört auf damit. Du darfst euch wohl nicht außerhalb offizieller Test strecken lassen. Ihr nehmt schlechte menschliche Eigenschaften an. Über deinen Scheiß. Du kommst da gar nicht ran. Guck mal, du bist so klein. Haha. Du wirst nur gepiesackt von mir. Pass auf, ich hau dich da mit. Du wirst nur gepiesackt. Haha. Komm, wir müssen durch das Ohre da oben rein. Ja, mach schon, machst du schon. Aber wie? Ach, guck mal ihn an. Wir müssen da rauf. Ja. Dann mach mal.